Eine halbe Stunde verschuldet wird. Was denkt denn dann ja? Das ist ein Doppels. Das heißt, ich könnte mich jetzt noch anmelden. Wenn du einen Tea-Partner hast, dann ja. Ich glaube nicht, bin ich damit schützt. Ich such dir jemanden. Haki? Ich muss dann gucken, wie das geht. Gib mal deinen 3 Euro und gib auch 3 Euro für Haki. 3 Euro. Was ist dein Teamname? Haki. Was? Ist unser Pool jetzt schon durch? Äh, ja fast. Swastream muss noch gegenstehen. Was? Swastream und Zettel. Genau, die spielen jetzt auch streamen. Wir nennen uns Hammbofa. Hammbofa? Also Haki sind noch 3 Euro. Von dir fehlt noch einer. Was? Achso, okay. Double 3 Euro. Was? Ja, 3 Euro. So. Wo ist das Double Seeding dann? Wo ist das Double Seeding dann? Oh. Oh, warte, das läuft ja gerade. Das könnte halt richtig hype werden, ne? Oh mein Gott. Oh, let's go, Alter. 103 zu 104. Ich hab mal ein bisschen commentary hier. Was geht denn ab? Wo ist der Dennis? Ja. Er war Marison. Er war Marison. Ist okay Dennis. Okay, ist gut, alles gut. Wurts nochmal rübergekriegen? Ja. Ohhhh. Ohhhh. Okay. Ey, ich wünschte ich hätte Pikachu's Nair. Pikachu's Nair ist schon sick, Alter. Das ist schon so gut, Alter. Dieses Instant, Alter. Du kannst alles auf Reaktion machen. Oh mein Gott. Der Pool könnte ja auch richtig tight werden. Oh, ich liebe diese Kombi, Mann. Ohhhh. Ohhhh. Ja, schade. Er kommt aber zurück. Ah, schade. Ohhhh. Axe wäre zurückgekommen. Wir haben jetzt zwölf Doubbelsteams sogar. Das ist gut. Ohhhh. Ja, er ist schon gestört, Alter. Ich glaube wie so ein kranker Ficker. Jaaa. Deswegen sage ich die ganze Zeit auch nichts, weil ich nicht lernen will. Ich glaube, wenn er so ein richtig... OOOOOOOOH! Digga, wenn er so einen richtig sicken Secondary hätte für Floaties, ne? Dann wäre easy, easy Top 15 in Berlin. Weil alle... Nur Getränke. Essen gibt's hier überall. Oh, grab ich den Arschade. Digga, und Alex ist halt auch so ein Anwärter, um das ganze Ding zu gewinnen. Ja, ja. Es ist noch nicht vorbei. Der Alex Edgegarde ist richtig, die ganze... Oh mein Gott, dir das mal an. Also das war einfach nicht so gut becovered. Ne, vorhin meinte ich. Achso. Aber ich glaube, der Down-Tilt... Du musst deine Arme wegmachen, ich krieg's... Oh, sorry. Ich glaube, der Down-Tilt reicht halt runter so ein bisschen. Ja, das kann sein. Das ist ja auch das, was man gegen Peach... Ja, und gegen Peach-Up. Oh! Weißt du, schau, dass danach ein Stream ist? Wie steht's denn? Ja, jetzt 0-0 machen. 0-0 machen. Danach, du gegen Strawstream on Stream, ne? Nein! Oh mein Gott! Sick, Alter. Einfach mit so... Gestört. Er hat den... Richtig gemeinen Gimp. Ja. Ich hab's nicht gesehen, Alter. Das war einfach so gemein. Ich kann's nicht beschreiben. Er hat halt den Abwehr-Semispike dann zum Schluss gemacht. Ja. Aber er hat den Double-Jump gerated. Also ohne Abwehr oder sonst... Was sagt Yannick? Hä? Koch doch, Konsti! Ich soll... Du weißt, ich soll Essen kochen! Konsti würde uns alle vergiften, damit er Nummer 1 Berlin wird. Was? Ja, ich... Ich bin da echt... Obwohl... Das wär schon nicht chaotic gut, Alter. Das wär... Oh! Hi, Yannick! Ich liebe Pityosch, Alter. Oh! Digga, gef... Es geht egal. Ich sag's dir. Er ist die Reinkarnation von Perfect Shadow. Oh mein Gott, du hast recht. Er spielt sogar mit dem gleichen Skin. Echt? Ja. Der... Der Trucker. Ich finde, er hat den Zauberhut schon am besten, ne? Der Zauberhut ist am besten, aber der ist reserved für Axe. Wahrscheinlich, ne? Ja. Denkst du, ob jemand noch... Äh... Ich... Momentan nicht, aber du kannst gerne mal... Warte, ich kann dir mal... Äh... Die Liste kurz anzeigen, wer noch keinen hat. Theoretisch. Also wir haben... Falcon Pounce hat keinen. Thornt hat keinen. Kenyan. Okay. Aber Kenyan, äh... Hier, Curtis Air. Mit dem Top-Rimmer. Ohne Brille. Ähm... Falcon Towns ist da hinten mit der Brille und dem Couchy-Shirt. Ähm... Wie gibt's noch? Baumwoller 8? Also das ist hier... Bart und kurze Haare und... Ohne Brille. Ich kann die gerne nachher nochmal... Ja... Das dauert ja nicht lange, euch allein zum Baumwoller. Oder... 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 Oder sprich dich vielleicht selbst an. Äh... Das würde mir ein bisschen Arbeit erscheinen. Das ist so wichtig. Mars... Ja... Ja... Da kannst du eben neben... Also Baumwoller und er sprechen, sind zwei nebenan. Ja. Ja. Malik ist es underrated für dieses Turnier, ja. Er ist underrated für dieses Turnier. War ich? Ja. Das ist überlegt gegen mich. Ja. Und... Shit-talken, wer es jetzt spielt. Ja. Also... Genau. Wir haben Falcon Towns, Baumwolle, Marv und Ferg. Das sind die vier, glaube ich. Oh! Digga-Mai! Wie lang! Ja. Oh! Oh mein Gott! Oh! Geh dran, häng dran, häng dran! Oh! Oh! Nein! Oh fuck! Nair war eigentlich sogar die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, er hat es falsch getimt. Er hat sich ranhängen müssen. Nee, ich glaube, Alex ist zurückgekommen. Ich glaube schon. Schöner. Oh mein Gott! Stört! Okay. Wurde der nicht getroffen? Potenziell letzter Stop. Diese Sets. Potenziell. Sogar alles, was hier passiert, ist verrückt, ne? Kein Upscash. Ich glaube, er hat es versucht. Ja, er hat es versucht, ja. Auf jeden Fall. Digga. Close. Das ist so ein schones 7. Zwei. Ne, 1-0 Vichash. Hallo? Oh, das möchte ich halten. Stört. Ja. Ja. Warum kommt Peaches auf unsere Weeklys? Das ist super selten. Ich treffe ihn hin und wieder auf dem Weg zur Uni. Ja? Weil er arbeitet irgendwo da im Blog. Oh Gott. Oh! Oh! Er wollte es. Egal, egal. Es war ehrenhaft. Okay, das ist richtig. Oh fuck. Ja, das ist toll. Oh mein Gott. Was? Nein, das ist wieder nie. Ne. Gegen Ende ein bisschen... Digga, das ist nicht toll. Ja, zu viel zu viel auf die Gipsgeganz. Ja. 2-1. 2-0. 1-1. Digga, das ist Teil deines. Krank. Fick ihn Ofis. Ey, nicht Ofis. Das ist glaube ich die Standard-Wahl, ne? Keine Schuhe. Ja, das ist halt super gut für Fox gerade nicht so gut mit Cover. Ja. Obwohl, halt auch so Axe wird er wahrscheinlich bei sowas immer Fountain, oder? Ja, stimmt. Aber Fountain ist nicht so schlecht für Fox. Oh mein Gott. Schön. Oh, schade. Er hätte App smashen sollen. Okay, legen wir doch schon mal die 6 Euro hin. Also Pro Person. Pro Person 3. Pro Person 3. Pro Person 3, so rum. Was ist euer Team-Name? Was? Swag-Mob? Swag-Mob? So. Ihr könnt euch auch einfach Mul-Wa-Mob-Purzeln. Gebt uns mal noch mal. Was für ein Schein-Spike, yo. Ihr könnt auch gleich wiederkommen. Ja, kommt mal mit jeweils wieder. Ich gucke euch aber auch. Okay. Ich weiß ja, dass ihr das hier wollt. Was ist das hier? Oh, Digga. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ja, er wurde geschein-spiked. Mhm. Trauerspiel. Aber Alex scheint mal eine ganz gute Adaptation auf jeden Fall. Ja, also ich finde, er macht sich voll schwer eigentlich. Also ich glaube, als Fox kann man ein bisschen mehr Carefree spielen in diesem Match-Up. Aber er ist halt so ein Nicky-Fox. Weißt du, immer alles so super optimal machen oder so. Und da will er wahrscheinlich dann immer so perfekte Spacing und alles. Oh, shit. Das war gut. Ruck, wie sieht euer Pool aus? Sei mal her. Ich könnte doch die ganze Zeit aus ihr Leben noch nehmen, ne? Ja, ja. Macht wir schon die ganze Zeit. Okay. Aber wir haben nur Glow-Tools und das bringt da auch alles eh gut. Ja, gut. Ich hier... Das klappt jetzt... Also wir haben super viele Load hier. Dicks Scheißes hier, deshalb... Ja, klar. Konnte man das nicht umgehen. Digga, Marius hat ja richtigen so... Siegesmarsch gegen... Gegen, äh... Alle gerade eigentlich. Ja, ja. Oh, das war's! Oh! Comeback! Möglich, möglich. Ja, ja. Ey, das wär krank. Forst und Comeback. Nicht leben. Nicht tupfen. Einen gibt's auch. 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 Jetzt hört wir langsam alle. Jetzt geht langsam alles. Ja, das Ding ist... Ich glaub, das ist schon vorbei. Weil man kann einfach alles trainen. Ja, klar. Also... Im Normalfall wäre alles vorbei. Ja. Aber... Ich hoffe... Ich hoffe... Wir haben schon vier Starks gehabt auf dem stage gesehen. Haha. Aber eine Minute in... Wie steht es? Okay. Marius. Marius. Zillen.